Das PMG Online Team möchte euch nun einen Mann vorstellen, der für diesen Kurs von zentraler Bedeutung sein wird. Also, we proudly present Mr. Müller! Herr Müller hat gerade seinen Arbeitsvertrag als Personalmanager unterschrieben. Er freut sich auf seine zukünftige Tätigkeit und hat seinem alten PMG Buch direkt einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch eingeräumt. An der Universität hat er gelernt, Konzepte in die Praxis umzusetzen. Es kann also nichts mehr passieren. Ihr bleibt doch dabei, oder?